Musik Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir eine Medaille holen wollen. Und das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt wollen wir noch das i-Tüpfelchen draufsetzen. Den Titel zu holen und dann hat man auf jeden Fall was fürs Lebenswerk, dass man sagen kann, man ist Weltmeister. Musik 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 Kampf, spektakuläre Ballwechsel, ja und einfach, dass jeder Ball erkämpft wie jetzt bis zum Umfallen. Musik 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 Das ist das, was wir für uns gekommen sind. Wir haben das letzte Spiel gemacht. Wir sind sehr froh, dass wir spielen. Wir sind ein glatt! Anni! 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 2, 2, 1, Kettler Nur was hören ist Es war großartig, wir sind so glücklich, dass wir endlich endet. Danke für das Event. Wahnsinn! 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 Ja! 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 Ja, das war großartig, das war großartig. Wir hatten eine super Woche hier und es wäre einfach schade gewesen, wenn wir hier nicht aufzünden. Mit dem Sieg, das wir hier beendet hätten, auch so ist alles perfekt. Danke an alle, die mitgeholfen haben, vor allem die Schweizer Lager, da hat das ganze Team super Arbeit geleistet. Und danke auf euch! Das war's. 3, 2, 3, 2, 1 1! 2! 2! 2! How was the atmosphere? Amazing. Yeah, we had so much fun. Yeah, this is definitely one of the coolest venues we've ever played at and this crowd has been amazing and we're so stoked. Oh my god. Oh Gott! Und wir sind einfach überglücklich jetzt, dass wir, also wir haben Sonntag das erste Mal trainiert und jetzt sind wir Studentenweltmeister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017